Hallöche meine lieben Freunde und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anstoß 3 der Saisonstart. Auf geht's! Erste Bundesliga. Wir spielen gegen Gräuter Fürth, die ja auch mit uns aufgestiegen sind. Hier sehen wir es nochmal. Regensburg ist auch mit uns aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, haben wir das auch schon geguckt? Wer hier in der dritten Liga aufgestiegen ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Falls nicht, tut mir das leid, weil sonst mache ich ja das meistens am Anfang der Saison. Wie gesagt, ich bin mir jetzt unsicher. Auf jeden Fall sind Schwarz-Weiß-Reden, Norderstedt, Havels und Viktoria Berlin. Jetzt in der Regionalliga Nord, euer dritte Liga Nord, sage ich ja immer dazu. Hier sind aufgestiegen Buchbach, VfAalen, Meuselwitz und der FSV Frankfurt. Die sind halt neu. Dann haben wir hier ein paar Neulinge, Swanser, Sweet City, Barnsley, Wolverhampton. Hier haben wir Getafe, Valadolid und Deputivo Alaves. Hier in den Niederlande, ja, Arnheim, Den Haag, De Graftschapp sind neu. Dann haben wir hier SCR Alltag. So sieht es aus. Dann hier die Aufsteiger und Absteiger, die wissen wir ja schon aus der, ja, aus der Vergangenheit. Beziehungsweise aus der letzten Saison, da wo ich ja die Entschlusstabelle gesagt habe. So, ich muss jetzt mich kurz hereinfuchsen, was wir hier haben. Haben wir hier irgendwie Verträge oder so? Genau, der Hofmann wird umworben und wir wollen den Hartnagel haben als Außen-Mittelfeldspieler. Wir haben uns den Boskowski ja hochgezogen, genau, mit einem Fünfjahresvertrag. Ja, den Sanchez, den wollten wir ja eigentlich auch hochziehen. Aber die Sache ist die, ja, irgendwie war der ja weg. Ich meine, der war doch 17, ne? Aber anscheinend wurde der dazwischen irgendwie 18. Das haben wir nicht bemerkt. Ja, und deswegen war der ja bei Bayern und haben uns den dann geholt. Dementsprechend. Ähm, der Hofmann wird umworben. Deswegen, also, dem würde ich jetzt auch keine Steine in den Weg legen, um ehrlich zu sein. Weil, ja, wir ja jetzt auch den Sanchez haben. Ja, der Müller, der soll ja verkauft werden. Genau, den haben wir ja auch auf die Transfersliste gesetzt. Dementsprechend. Ja, wie gesagt, Arjani soll ja noch verkauft werden. Marlon Frey soll verkauft werden. Hoffmann, der wird dann auch jetzt verkauft. Ähm, ja, hier warten wir auf die Entwicklung von Sanchez zum Beispiel ab. Wermann ist ja auch noch da. Hat auch noch ein Jahr Vertrag an Harry ebenfalls. Ja, viele, ne? Osterhage, Lavia, die haben alle jeweils ein Jahr Vertrag. Ähm, ich sag mal so, ne? Wenn wir in der Liga bleiben, werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen anders aufstellen in der nächsten Saison. Wir hoffen es natürlich, dass wir in der Liga bleiben. Ist ja logisch. Aber man weiß ja nie, ne? Miche Brink ist jetzt noch zwei Wochen verletzt. Wir wollen heute nur zwei Spiele machen. Genau, gegen Gräuter Fürth und gegen Hertha BSC machen wir heute. Und dann im nächsten Part Pokal gegen Stuttgart, dann gegen Leverkusen und dann gegen Borussia Dortmund schon. Ja, da kommen schon die hochkarätigen Teams. Wie gesagt, wird auf jeden Fall nicht einfach. Ähm, wir machen erstmal Fanbetreuung gegen Hertha BSC. Würde ich jetzt sagen, machen wir 2.000 Karten Auswertzuschuss. Hier Freikarten. Ja, da würde ich jetzt auch sagen, machen wir 2.000, weil wir jetzt in der ersten Bundesliga sind. Und ich würde sagen, Fans werben. Machen wir auch ab dem nächsten Monat immer. Da werden innerhalb von zwölf Monaten, ja, 100... Wann, wie viel kostet das? Muss ich jetzt nochmal gucken. Ähm, ja, sind 120.000 halt, ne? Die können wir ruhig verkraften. Das ist jetzt nicht das Problem. So, wir starten dann, würde ich sagen. Erstmal mit einem Hartnagel. Genau, was war der nochmal? Mittleres Talent. Linkes Mittelfeld. Kann aber auch rechts spielen. Teeny Star Allrounder. Genau, wir wollen den ja diese Saison haben. Hat zwei Jahre nur Vertrag. Ähm, ich würde sagen, der kriegt erstmal eine satte Gehaltserhöhung von 200.000. Müsste erstmal passen. Hier kriegt er 2.000. Ich würde sagen, drei Jahre mit Optionen. Ja, der will schon ein bisschen mehr Kohle sehen. Ähm, machen wir 450.000, 3.000 Auflaufprämie. Da der ja Mittelfeld spielt nochmal eine Torprämie von 1.000 Euro. Da ist er doch schon ganz zufrieden. Würde auch Mainz gerne sofort verlassen. Aber wie gesagt, da hat Mainz auch noch ein Wörtchen mitzureden, weil er ja zwei Jahre Vertrag hat. So, Union Berlin gewinnt den Liga-Pokal mit 4 zu 3 nach Verlängerung gegen Leverkusen. Dann haben wir hier West Ham gewinnt 7 zu 6 nach Elfmeterschießen gegen Southam im Supercup. Ja, Eiber verliert 0 zu 2 gegen Girona. Eindhoven verliert 0 zu 1 gegen Leuwarden. Und Ausrivine verliert 1 zu 2 gegen Salzburg nach Verlängerung. So, Hoffmann. Oh, da sind drei Vereine an denen interessiert. Wer war das jetzt? Glewitze, Dresden und Eintracht Braunschweig. Ähm, ja wie gesagt, ich höre mir das Angebot sowieso mal an. 1,6 Millionen ist schon über Marktwert. Sein Marktwert beträgt 1,3 Millionen. Hat noch zwei Jahre Vertrag. Ja, Stärke 5, 18 Jahre alt, aber trotzdem würde ich den abgeben. Ist ein junger Spieler, aber wie gesagt, ne, bei uns kann ich denen jetzt auch keine Einsatzzeit wirklich versprechen. Ähm, da kommt auch dazu. So, 2,2 machen wir mal. Ja, komm, bei zwei Millionen. Ja, zwei Millionen treffen wir uns. Da sind wir alle zufrieden. Der Herr Hengen ist zufrieden. Und ich bin zufrieden. Und der wechselt damit ab sofort nach Eintracht Braunschweig. Ich wünsche ihm viel Glück auf jeden Fall da. Oskar Edson hat starkes Heimweh. Am liebsten würde er zurück... Oh, nö, jetzt schon? Ja, super. Das ist blöd. Ich sag mal so gut, dass wir noch Kölle und Iraki haben. Ach, Kölle und, äh, Morultai. Morultai kommt auch rein. Ähm, den Edson müssen wir jetzt erstmal aufbauen. Wie da? Ansonsten würde ich jetzt alles so lassen, ne? Ja. Machen wir so. Der Sanchez, ne? Malweise sehe ich den eher auf der Bank, ey. Um ehrlich zu sein. Aber der hat jetzt auch keine gute Form. Der hat Form von 10. Iraki hat 9. Puh. Also, Oskar Edson hat 10. Aber das sind meistens die Jugendspieler, die, äh, kaum eine Form haben. Ähm, Aufgaben im Spiel habe ich ja schon alles gemacht. Oskar Edson. Ja, gut. Den lassen wir 11 Meter. Da holen wir noch den Sanchez dazu. Äh, aber ich würde sagen, Hedwan Malone. Malone macht als erstes. Ja, dann so in der Art. Okay, so. Stärkeverhältnisse. Wie sieht's da aus? Ja, wir sind gleich stark, ne? Wir machen Einsatz 150 Prozent. Passt schon. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie wir starten. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Die Spieler haben ihre Ansprache verstanden. Da freut mich. Ausverkaufte Hütte. 1496 sind aus Fürth mitgereist. Und Marius M. Westernhagen. Tipp 1, 2, 3, 4 Fürth. Da bin ich doch mal gespannt. Oh, da fehlt doch was. Ähm, Textgeschwindigkeit lassen wir so. Häufigkeit machen wir auch so mittelmäßig. Ja. Gut. Und 1 zu 0 für uns. Julian Hedwan, der Torschütze. Sehr schön. Cheka mit der Vorlage. Da trifft sich doch schon mal richtig gut. So, sonst passiert nicht allzu viel. 1 zu 0 zur Halbzeit. 2 zu 3 Chancen. Ähm, Hedwan kriegt einen Lob. Anharis spielt auch gut. Cheka 3,5. Noch 5. Ähm, ich würde sagen, Hedwan kriegt einen Lob, weil er ein Tor geschossen hat. Und wir sagen, konzentriert weiter so. Und Jungs, in den ersten Minuten seid bitte besonders vorsichtig. Dann ganz normal weiterspielen. So, Dudziak bringt der Ball nach einem Stopperer wieder unter Kontrolle. Und schlägt ihn auf den rechten Flügel. Pululu nimmt den Ball mit. Schlägt einen Haken. Flankt in den Strafraum. Aber der Ball ist unerreichbar und landet rechts im Seitenhaus. Die spielen auch kontrolliert offensiv jetzt. Und da ist das 1 zu 1 durch Dudziak. Gelbe Karte für Melamed wegen Meckerns. Pululu tritt den Ball. Tritt Richtung linke Strafraumecke. Anbegleiter von Reuter kontrolliert das Leder. Spiel zurück Richtung Mittellinie. Ibanez passt den Ball ins linke Mittelfeld hinüber. Aber da kommt keiner seiner Mitspieler mehr heran. So, 65. Minute. Cheka spielt nicht so gut. Kommt deswegen raus. Heil kommt rein. Elfmeter für uns. Sehr gut. 69. Minute. Melone legt sich den Ball zurecht. Läuft an. Flachschuss aufs rechte Eck. An den Innenpfosten. Der Ball rollt die Torlinie entlang. Und Linda hat den... Nö. Und der Dings hat sich verletzt anscheinend. Der Aydonis. Chueze bringt das Leder unter Kontrolle. Spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Anharie läuft Richtung Strafraum. Kontrolliert den Ball. Spielt ihn nach links. Chueze schaut sich um. Sieg kein freien Mitspieler. Läuft erstmal zurück. Und schlägt den Ball einfach hoch vor das Tor. Doch viel zu weit Abstoß. Ja, Melone spielt nicht gut. Kramer kommt rein. Bucher nimmt den Ball mit. Torhüter Lotka steht zu weit vor seinem Kasten. Herrlicher Heber. Klar vorbei. Ja, ihr habt noch mal Glück gehabt. Ja, wir spielen am Ende Unschienen mit 1 zu 1. 5 zu 4 Chancen. Hätten das Ding auch gewinnen können. Aber war halt ausgeglichene Partie auch. Aydonis hat Muskelprobleme. Dürfte jetzt auch nicht allzu lange sein. Bester Spieler war Dudziak. Spielwettung 4 ging so. Folgende Ergebnisse waren erstmal im ersten Spieltag. Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Union Berlin. Paderborn spielt 1-1 gegen Hertha. Und sein nächster Gegner Hertha. Augsburg gewinnt 1-2 gegen Regensburg. Duisburg, also wir spielen 1-1 gegen Fürth. Schalke spielt 0-0 gegen Freiburg. Mainz gewinnt 2-0 gegen Leverkusen. Hamburg gewinnt 3-1 gegen Dortmund. 1. FC Köln gewinnt 3-2 gegen Leipzig. Und Frankfurt gewinnt 3-1 gegen Bayern München. In der Elf des Tages immerhin der Head war. Sehr schön. Freut mich schon mal. Dudziak ist auch dabei. Von Greuther Fürth. So. Transfers. Johannes van Terodde. Auch cooler Name. Wechsel von Heidenheim nach VfR Allen. Odens von Southampton nach Spartak Moskau. Gavrid von Sturm Graz nach Dortmund. Vita von Wolfsburg nach Aston Villa. Hofana von Düsseldorf nach Wolfsburg. Omsimerschied von Atletico Madrid nach Paris Saint-Germain. Hoffman, ja. Von uns nach Braunschweig. Und Hax-Hosei von Unterringen nach Wittes-Arnheim. Ein komischer Name, ne? So. Hartnagel. Da sind wir ja dran. Genau. So. Ansonsten wird keiner umworben, ne? Von uns, ne? Ne. Ja gut. Wir spielen auf jeden Fall jetzt gegen Hertha. Ich bin mal gespannt. Ja, der ist nur drei Tage verletzt. Der Aydonis. Von daher geht das. Morotai kriegt ein Gespräch. Der Cheka kriegt ein Gespräch. Der Malone kriegt ein Gespräch. Der Wehrmann kriegt auch ein Gespräch. Ja, und der Dings kriegt ein Gespräch halt, ne? Der... Wo ist er denn? Wo ist der Aydon? Ach, hier auf der Bank, ne? Ja. Aydon. Mit dem müssen wir jetzt öfters quatschen. Also auch 17 Millionen haben wir auf der Bank. Auch schon alleine durch die 2 Millionen Einnahmen. Ja, ich bin am überlegen. Wo könnten wir denn noch Verstärkungen jetzt gebrauchen? Der Hartnagel kommt ja jetzt... Ich weiß nicht, ey. So verstärkungstechnisch würde ich sagen, brauchen wir jetzt gar keinen so richtig, ne? Klar, wir könnten jetzt noch ein DM holen. Aber gibt's da was auf dem Markt, ey? Ja, geben tut es, ne? Hier, dann mal den Fein. Hier, Keitel haben wir da zum Beispiel. Aber 12 Millionen, nein. Hier haben wir den Tom Kraus, genau. 3,36 Millionen, mittleres Talent. Zweikampf- und Laufstärke. Unruhestifter und Schiri-Liebling. Torrientes. Ja, wie gesagt, könnte was werden, ne? Aber wie gesagt, der Marlon Frey muss einmal gehen, am besten. Ja, und dann bin ich ja hier am überlegen, ne? Wegen Osterhage. War den auch nicht sogar ziehen lassen. Hat auch ein kleines Talent. Wie gesagt, kann nicht verbessert werden. Der Lavia, ne? Der mittleres Talent Osterhage kommt auch jetzt mal wieder rein. Ähm, ja. Ansonsten kannst du da auch nicht viel machen, ne? Nicht so wirklich. Ja. Formen sind alle richtig gut eigentlich. Na ja, wir schauen mal, ne? Wie es weitergeht. Genau. Adonis freut sich über den Besuch. So, Chepets Sieg. Erste Gruppenspiel. Leipzig gewinnt 2-0 gegen Sporting Lissabon. Leverkusen verliert 0-1 gegen PSW. So, was haben wir denn noch? Wolfsburg verliert 1-2 gegen Austria-Wien. Ist natürlich schlecht, ne? So, Europa League. Haben wir ja eine deutsche Mannschaft auf jeden Fall. Schalke gewinnt 0-1 gegen Costanta. Ja, Hartnagel, ne? Kiel ist auch noch an denen interessiert. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Mal gucken. 2000. Hier machen wir 500 Euro. Gucken, machen wir mal. So, Kiel steigt direkt aus. Ja. 4,8 Millionen. Wollen die für den? 2,4 wäre jetzt... Mit 11. Ne, das ist mir zu teuer, Leute. Ne. Ganz ehrlich, ne? Stärke 6, mittleres Talent. Aber das... Das ist mir viel zu teuer. Bei 3,65 hätten wir eingeschlagen, aber am Meldefrist für Europa-Pokal ist abgelaufen, sind wir eh nicht. Ja, zur Not. Ja, wie gesagt, wir haben noch Arjani, Boskowski, aber Boskowski kann nicht links spielen. Der Einzige, der noch links spielen kann, ist Heil. Ne? Aber da war es auch wiederum. Ja gut, der Könne kann auch noch linkes Mittelfeld spielen. Aber der soll ja auch wechseln. Boah, schwierig, Leute, ne? Ja, wir müssen mal gucken. Ich gucke nachher gleich mal nochmal auf den Markt. Ob da was los ist. Öztönali. Haben die was vielleicht, was für mich? Ja, Richter, ne? Der hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, ey. Können wir aber jetzt nicht gucken, ne? Ich gucke mal gleich, ob was auf der Transfersliste ist. Da bin ich mal gespannt. Wie sieht es Privates aus? 331.000, okay. Aber für ein Erstliges-Trainer kriegen wir voll wenig Kohle, ne? Mal so bemerkt. Ähm, so. Ja, ich würde alles jetzt so lassen, wie gehabt. Ne? Ähm, Einsatz 150 Prozent, wie immer. So, Ansprache schenken wir uns. So, 23.961 Zuschauer, 3.857 sind aus Duisburg mitgereist. Und Julio Omlesias, wer ist das denn? Julio Omlesias, sagt mir jetzt gerade nix. Tippt 1 zu 4 für uns. Schauen wir mal. Gelbe Karte von Mogultein nach Allerweltsfaul. Ein Wurf für Hertha durch Amavi. Er wirft zu Tossar. Der stoppt den Ball mit dem Fuß. Dreht sich. Flankt in die Mitte. Doch Mogalla ist zuerst am Ball. Und köpft ihn aus der Gefahrenzone. Sehr gut. Indirekter Freischuss für Hertha. 21 Meter Entfernung. Ejuke läuft an. Flankt den Ball in den Strafraum. Aber dort steht Schäker und köpft ihn aus der Gefahrenzone. Sehr gut. Wannabissaka hat freie Schussbahn. Satter Distanzschuss. Weit am Tor vorbei. So. Nochmal Wannabissaka. Richter schaut. Spielt ihn direkt in den Strafraum. Eggestein versucht den Ball unter Kontrolle zu bringen. Und wird von Aydonis im Strafraum festgehalten. Und nimmt den Ball in die Hand und stößt Aydonis erbost weg. Der Schiedritte zögert kurz. Und zeigt Johannes Eggestein dann die gelbe Karte. Sehr gut. Und 1 zu 0 für Hertha Öztunali, der Torschütze. Ja super. Und das kurz vorm Halbzeitpfiff. Mogalla spielt gut. Aber wir treiben die Jungs mal an. 1-1 durch Malone. Sehr schön. Vorlage Head war. Richter holt aus. Wird nicht angegriffen. Überlegter Schuss. Knapp vorbei. Gelbe Karte für Wannabissaka, nachdem er seinen Gegenspieler umgeschubst hatte. Gelbe Karte für Huese wegen Reklamierens. Der Chica ist beidfüßig, ne? Man spielt dann links. Der Heil kommt für Huese rein. 70. Minute. Head war spielt nicht gut. Kramer kommt rein. 77. Minute. Anharie spielt auch nicht gut, ne? Kommt der Wermann rein. Lechte Leistung. Kann man bei 4,5 sagen, ne? Spielpraxis, sagen wir jetzt einfach mal. Gelbe Karte für Wermann nach umstrittenen Handspiels. Da fängt er schon gut an. Ein paar Minuten drin. Jetzt auch Eckball jetzt für uns. Von der rechten Seite. Chica spielt kurz zu Melon. Der flankt den Ball auf den kurzen Pfosten. Kopfball von Kramer aufs kurze Eck. Neuer lenkt den Ball gerade noch über die Langplatte. Aber ist nicht Manuel Neuer. Keine Sorge. F Neuer. Keine Ahnung. Chica legt sich den Ball zurecht. Zucht sich am Kinn. Schlägt den Ball gefühlt von nach innen. Aber Neuer kommt heraus und packt sich ja zu. Schade. Ballrückzieher Melon. Genau auf den Keeper. Der packt sich ja zu. Sofort ein weiterer Abschlag in die Sturmspitze. Ja. Passiert nichts. Und wieder 1 zu 1. Unentschieden. 3 zu 5 Chancen. Bester Spieler war Morgala. Spielwertung 4 ging so. Ja. Wir sind damit jetzt auf Platz 13. Zwei Spiele, zwei Unentschieden. Immerhin keine Niederlagen. Schauen wir mal. Nächstes Spiel ist der Pokal. Und dann zweimal Liga gegen Leverkusen und Dortmund. Da wird schon heftig genug. Gut. Dortmund steht zur Zeit hinter uns. Aber wie gesagt. Ist eine sehr starke Mannschaft. Naja. Folgende Ergebnisse. Am zweiten Spieltag. Leverkusen gewinnt erstmal 2 zu 0 gegen Köln. Regensburg verliert 1 zu 2 gegen Wolfsburg. Freiburg spielt 2 zu 2 gegen Frankfurt. Union gewinnt 3 zu 0 gegen Schalke. Fürth verliert 1 zu 2 gegen Paderborn. Leipzig gewinnt 2 zu 1 gegen Hamburg. Dortmund spielt 1 zu 1 gegen Augsburg. Bayern verliert 0 zu 1 gegen Mainz. Und Hertha spielt 1 zu 1 gegen uns. In der Elf des Tages haben wir Morgalla. Sehr schön. Freut mich für den. Leipzig der bestbesuchte Stadion. Und am Ende gewinnt Girona den Supercup in Spanien. Und in Niederlande Leuwarden. Und Transfer ist Tarek. Iraki vom Paderborn nach Zeynayuki. Dann haben wir noch Che. Steht da Che? Irgendwie so. Von Haiger nach Düsseldorf. Ionjic von Homburg nach Sandhausen. Lazaro Marquez. Von Almeria nach Atletico Madrid. Breed von Nürnberg nach Osasuna. Lambrosis von Hannover nach Mallorca. Dann haben wir noch Carlin Grant von Leicester City nach Salzburg. Und Aaron Souten von Magdeburg nach Shamrock Rovers. So, Müller wird immer noch nicht umworben. Der Kölle ebenfalls nicht. Wahrscheinlich, damit der Preis gedrückt wird. Was habe ich gesagt? Außenspieler, ne? Also am meisten LM. Florian Pick. Nein, lass mal. Steffens von Ingolstadt. Kein Talent. Ist auch nix, ey. Nix dabei. Nix, nix, nix. Sanchez wird umworben. Der Torwart. Reflex und Fausten. Geldgeier und Star-Allüren. Ja, hm. Bordisto. Stürmer, ey. Aber wir brauchen ein Außen-Millfeld, ne? Unlü. Stärke 5. Mittleres Talent Technik. Zweier Vertrag Allrounder. Verletzungsanfälligkeit ist aber hoch. Wir spielen auf jeden Fall in den nächsten Vorgedanken gegen VfB Stuttgart. Aber wir gucken mal kurz, ob wir hier ein LM finden. Mit fixer Ablöse gucken wir erstmal. Was haben wir hier Schönes? Stärke 11. 35. 35 Mille. Da ist nicht unsere Kragen weiter zur Zeit. Gill. 11,79. In Gangkamm. 5,79, ne? Nervenbündel. McNeil. 7,39. Er ist aber auch schon. Er ist 26, er ist noch jung. McNeil. Mittleres Talent. Die Leberwurst. Er isst zum Frühstück gerne eine Leberwurst. Al-Kilvi. 1,76 Millionen. Skandal 0 und Heimspieler. Letzungsanfälligkeit ist hoch. Torres. 26,22 Millionen. Akte Koglu. 5,73 Millionen. Günstig, ne? Führungsperson. Schnelligkeit und Laufstärke. Kann links, rechts und Sturm. 44 Länderspiele, 8 Länderspiele. Torres. Stärke 9 hat er da. Jetzt hat er Stärke 10. 27 Jahre alt. Wäre schon auf jeden Fall... 609.000 kriegt er, ne? Aber es ist halt 1. Liga, ne? Wo wir sind. Mittleres Talent. Für 2 Jahre. Was haben wir denn? Vertrag auslaufen, ey. Guck mal. Hm. Da sind schon einige, ne? Tej Chara. Spielübersicht. Ein Jahr noch. Mittleres Talent. Fairer Spieler und Geldgeier. Geldgeier mag ich gar nicht, ne? Wenn so ein Geldgeier steht eigentlich, ey. Der wäre zum Beispiel ablösefrei nächste Saison, ne? Kann aber keinen Kopfball. Iwobi. Ja, Schäcke 2. Was soll ich denn damit, ey? Was soll ich denn damit, ey? So, Bailey. Wäre auch was, ne? Schnelligkeit, Flanken. Schönwetter, Spieler und Joker. Wehleidig, verhasst. Ja. All-Inclusive-Paket, ne? Mambimbi. Mittleres Talent, Dribbling und Flanken. Ist auch gut, ne? Knieprobleme hat der. Schwierig. Alexander Brass. Spielübersicht. Mittleres Talent, Vereinsanhänger und Teenie-Star. 25 Jahre alt, ne? Hat seine Maximalstärke schon erreicht. Ja, können wir mal auf der Beobachtungsliste packen, ne? 6,07 Millionen. Ja, wie gesagt, wir müssen echt gucken, was wir hier raus machen. Ja, gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir wieder drei, dann haben wir drei Spiele. Gegen Stuttgart im Pokal. Leverkusen zu Hause spielen wir da. Und gegen Dortmund auswärts. Und dementsprechend schauen wir mal, was wir da reißen werden. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.